Eine neue 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. 2016 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 112 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1.995 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.